Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Yes, here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze mit meinem Team Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Soloshow und dem Thema die Schattenseiten von Ruhm und Ehre. Ja, wenn ihr da draußen unterwegs seid und natürlich seid ihr unterwegs. Die Frage ist nur, wollt ihr einen Podcast machen oder nicht? Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte einen Podcast machen, so wie ich das gemacht habe vor circa dreieinhalb Jahren, dann werdet ihr irgendwann mit der Frage oder mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit habt. Jetzt werde ich euch sagen, hey, klar hast du eine Aufmerksamkeit, deswegen machst du ja einen Podcast. Aber das Ganze wird natürlich so sich zuspitzen, je nachdem, wie erfolgreich ihr das Ganze macht, dass die ganze Aufmerksamkeit auch dazu führt, dass ihr mit Menschen zu tun haben werdet, die euch das nicht gönnen. Und über genau diese Schattenseiten möchte ich heute so ein bisschen erzählen. Weil auch ich habe das Thema anfangs total unterschätzt. Ich habe daran gar nicht gedacht. Ja, ich habe einen Podcast gemacht. Ich wollte wertstiftenden Content produzieren für euch da draußen und wollte dann einfach sehen, wie weit das Thema ankommt. So habe ich angefangen. Ich habe zu den ersten Folgen gemacht, habe einfach gesagt, okay, wenn da einer zuhört, dann mache ich weiter. Wenn keiner zuhört, kann ich das immer noch wieder zumachen, das Ganze. Und es ging natürlich, Jahr für Jahr steigerte sich das Ganze. Also es war nicht so, dass das irgendwie dann mal wieder irgendwie so im Sande verlief, sondern ich blieb da kontinuierlich dran, weil ich einfach auch Lust drauf hatte. Und ich muss sagen, ich habe Feedbacks bekommen. Das ist der Wahnsinn. Also das rührt mich so tief im Herzen, wenn du dann zum Beispiel ganz lange E-Mails bekommst mit Leuten, wo du mit einer Podcast-Folge ein komplettes Leben zum Positiven verändert hast. Und das ist toll. Also dieses Feedback, davon lebe ich als Podcaster. Also das ist im Grunde mein Applaus. Das ist das, was mich unendlich freut, wenn das, was ich tue, helfen kann. Und dieses Wertstiftende war für mich ein ganz entscheidender Punkt, also hier keine Werbeveranstaltungen ständig zu machen, eine Dauerwerbesendung mit einem Podcast zu machen, sondern wirklich herzugehen und zu sagen, was sind meine Erfahrungen, was ist mein Wissen. Und das würde ich gerne einfach mit den Leuten da draußen teilen und in Austausch gehen, dass so ein Dialog entstehen kann und man vielleicht den einen oder anderen von euch befähigt, selbst einen Podcast zu starten oder seine Markenkommunikation zu verbessern. So, zurück zum Thema Schattenseiten von Ruhm und Ehre. Es fing natürlich irgendwann an, das kennt ihr sicher selbst, wenn du mal so einen Facebook-Post hast oder irgendwie einen YouTube-Film, dass irgendeiner dann drunter schreibt, ja, was ist das eigentlich für ein Schmarrn oder, versteht ihr, also dass das irgendwie nicht gewertschätzt wird. Das sind dann anonyme Profile, die sich natürlich nicht trauen, ihren richtigen Namen zu verwenden und so weiter. Und je nach Selbstwert oder Selbstvertrauen, das der eine oder andere so für sich hat, habe ich jetzt für mich gedacht und habe gesagt, okay, das ist ja nicht tragisch. Also ich verfolge ja die Ansicht, dass zum Beispiel eine Facebook-Seite oder mein Facebook-Profil ist wie mein Wohnzimmer. Wenn da einer reinkommt, ungefragt und seine Schlammstiefel auf meinem Wohnzimmer-Couchtisch ablegt, dann schmeiße ich den raus, blockiere den, fertig. Ja, also das ist dann, da diskutiere ich überhaupt nicht, sondern ich will natürlich mit Menschen zu tun haben, die die gleichen Werte haben wie mich oder ähnliche Werte haben, wie das meine Werte sind und wenn da eine Deckungsgleichheit da ist, dann ist dieser wertschätzende Umgang einfach gegeben und dann macht das natürlich auch Spaß. Aber das Ganze geht natürlich noch viel extremer, wie ich feststellen musste, denn eines Tages bekam ich eine E-Mail oder eine Nachricht von jemand aus der Markenrebell-Community und es war eine Dame und die wies mich darauf hin und meinte so, hey Norman, wie sieht es denn aus, die Seite hier bei Instagram ist das deine Seite und ich würde die gerne liken, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Und bin ich auf die Seite gegangen, habe mir das angeschaut und dann war das im Grunde ein Duplikat, also es wurde nachgebaut und es wurde einfach verunglimpft, kann man das so sagen, verunglimpft. Im Grunde wurde mein Foto irgendwie verändert oder meine Titel verändert von den Posts, die ich so gemacht habe, irgendwelche Zitate umgeschrieben und es war ziemlich unter der Gürtellinie, es war ziemlich befremdlich und es hat auch Angst gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Profil wurde so aufgebaut, dass man so ein beklemmendes Gefühl bekam, so im Brustbereich und gesagt hat, hey, wow, willst du das wirklich weitermachen? Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das war so ein massiver Eingriff von meiner Privatsphäre und ich habe eine Frau, ich habe Kinder, also das könnt ihr super nachvollziehen sicher, also da geht so eine Bedrohung aus, aus dem Netz, aus dieser digitalen Welt, ohne dass das irgendwie ein Gesicht hat. Da ist ja niemand, der seinen Namen dahin schreibt und sagt, hey, ich bin das, sondern ja, wie auch immer, ihr könnt euch vorstellen, also ihr merkt schon, ich bin da immer noch sehr emotional dabei, denn mich macht das natürlich massiv traurig, dass es das gibt, aber ich möchte euch heute in dieser Podcast-Folge einfach auch daraufhin ein bisschen sensibilisieren, weil ich habe das damals einfach nicht auf dem Radar gehabt, dass ein gewisser Erfolg online eben auch solche Menschen aufs Tableau bringen, die das, ja, die euch damit konfrontieren werden. Und wie bin ich damit umgegangen, das will ich euch erzählen. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens, ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash Podcast Mastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht es weiter hier. Also ich habe festgestellt, dass dieses Profil kopiert wurde und dass dort ein massiver Angriff auf mich, auf meine Persönlichkeit stattgefunden hat. Und vor allen Dingen, wenn man online oder digital sich natürlich auch Marken-Image aufbaut, dann ist das natürlich auch nicht nur ein Angriff auf meine Persönlichkeit, sondern auch ein Angriff auf meine berufliche Existenz. Und die natürlich auch meiner Partnerin, der Katharina. Das ist ja völlig klar. Wir haben uns kurz entschlossen, es war am nächsten Tag sofort klar, dass wir natürlich zur Kriminalpolizei gehen und das Ganze anzeigen. Und die haben ja da spezielle Abteilungen, die dem Ganzen nachgehen können. Und wir wurden dann vernommen und dann haben wir im Grunde beschrieben, was dort, wir hatten Ausdrucke dabei, haben beschrieben, was dort abgegangen ist und so weiter. Und haben auch versucht irgendwie nachzuvollziehen, aus welcher Richtung das Ganze kommen könnte und so weiter. Also die haben sich wirklich viel Zeit genommen. Und dann geht das Ganze, die ganze Vernehmung, die ganzen Beweise, die man dann gesammelt hat, gehen dann in diese polizeiliche Fachabteilung und die versuchen dann herauszufinden, wer der Verursacher ist. Ich hatte das natürlich sofort Instagram gemeldet und die haben das Profil dann auch, ich glaube, innerhalb von 48 Stunden gesperrt oder auch sogar gelöscht. Es war nicht mehr abrufbar. Und das Ganze ging dann natürlich auch an die Staatsanwaltschaft. Also so könnt ihr euch vorstellen, ist das gelaufen. Und in der ganzen Zeit, du weißt ja nicht, ist das eine Person aus deinem unmittelbaren Umfeld oder ist das eine Person, die ganz weit weg ist. Also du fährst auf einmal ganz anders durch die Straßen. Also die Motivationsgründe für so ein Handeln, also ich erlebe das ja immer wieder, wenn man so durch die sozialen Netzwerke geht, dass es solche Leute gibt einfach, die da, ich weiß nicht, ob die ein Hobby daraus machen oder warum die sich überhaupt solche Arbeit machen, da wirklich auch eine Familie zu bedrohen. Das hätte ich mir so in meinen Träumen nicht vorgestellt. Wie auch immer, als ich mich dann so gefangen habe, als ich so meine Emotionen greifen konnte und auch mit der Katharina, meiner Lebensgefährtin, das Ganze besprechen konnte und sie mir da auch als Therapeutin wirklich gut zur Seite gestanden hat und sie macht das ja, also dieses in der Öffentlichkeit so mit der eigenen Persönlichkeit schon viele, viele Jahre, ich glaube, seit 20 Jahren schon fast und konnte mir da auch so gut helfen, wie man damit umgehen kann. Und als ich mich dann so gefangen habe, habe ich mir gedacht, so und jetzt hast recht. Das ist mir völlig egal, das darf uns niemals aufhalten, dass irgendwelche Spinner da im Internet etwas kaputt machen, eure Leidenschaft wegnehmen oder auch wertstiftenden Content limitieren, nur weil sie der Meinung sind, sie müssten dort in welcher Form auch immer jemanden verunglimpfen. Das geht also nicht. Das hat natürlich mein rebellisches Gen aktiviert und ich habe gesagt, okay, ich mache weiter. Aber es war wirklich so an einem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, wow, das geht jetzt viel zu weit. Es geht raus aus dem Business, rein in meinem Privatleben. Und da ist dann auch wirklich eine deutliche Grenze überschritten worden. Und deswegen empfehle ich euch unbedingt, wenn euch sowas passiert, sofort reagieren, sofort Kriminalpolizei einschalten, sofort dem Ganzen nachgehen, die entsprechenden Seiten oder Profile, welchem Netzwerk auch immer, sofort melden, sodass das Ganze verfolgt werden kann. Ja, das sind die Schattenseiten von Ruhm und Ehre, wenn man einen Podcast macht oder auch einen Videochannel. Das ist ja nicht auf Podcasting limitiert. Aber bitte rechnet einfach damit, dass es Menschen gibt, die euch das neiden werden und ihr euch nicht erklären könnt, warum das so ist. Also diese Menschen kennen euch privat vielleicht gar nicht wirklich. Vielleicht haben die noch nie mit euch gesprochen, haben euch noch nie gesehen. Ist völlig egal. die mögen euch einfach nicht, sondern die bilden sich halt einfach eine Meinung aufgrund einer Podcast-Folge oder mehrere Podcast-Folgen oder von irgendwelchen Videos oder von irgendwelchen Postings und wollen euch dann einfach ihren Frust mitteilen. Und das ist natürlich, das gehört auch vom Sondermüll und nicht in eure Community. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr bei allem, was ihr tut, immer mit Menschen zu tun haben werdet, die das wertschätzen, was ihr da draußen anbieten wollt, weil ihr es gern macht, weil ihr es aus ganzem Herzen macht. Aber macht euch bewusst, wenn ihr in die Öffentlichkeit geht mit eurer Personal Brand, ihr werdet damit früher oder später, je nach Grad der öffentlichen Wahrnehmung, werdet ihr damit konfrontiert werden. Und das will gut überlegt sein, wie man damit umgeht und wie man auch als eigene Persönlichkeit im Leben steht und zum Leben steht, um damit wirklich fertig zu werden. Ich hoffe, euch damit so ein bisschen weitergeholfen zu haben, einen kleinen Einblick auch so in mein Leben zu geben und wünsche euch nur das Beste und wie immer bleibt rebellisch.